Ich brauche doch sehr viel Hilfe bei sehr vielen Dingen und Sachen aufgrund eines Schlaganfalls. Mein Name ist Gerhard und ich wohne seit drei Monaten hier im Haus Sankt Teresa. Ich bin eh schon geimpft. Dieses Vorbeugen der Gefahr, wie das da gemanagt wird und gehandhabt wird. Jetzt wirklich von jedem Mitarbeiter, da weiß jeder was zu tun ist und zu machen und es wird ganz toll gemacht hier, dass man da wirklich sich sicher fühlen kann.